Ja, hallo, ich grüße euch. Es gibt wieder neue Zahlen aus dem RKI-Kochstudio. Wir haben inzwischen bei den 18-59-Jährigen die Quote von 51,4% Impfdurchbrüchen erreicht. Hm, auch über 50%. Bei den über 60-Jährigen sind wir die ganze Zeit schon drüber. Und bevor wir gleich noch weiter drauf eingehen, eine kleine Korrektur. Wenn man jetzt bei den Wochenberichten beim RKI schaut, dann sieht man, Wochenbericht vom 30.12. ist korrigiert worden. Ist der einzige, der korrigiert wurde, aber nun ja, das RKI ist halt so. Schaut man in den Bericht rein, steht da drin Korrektur. Auf Seite 14 wurde die Zahl der Ungeimpften unter den gemeldeten Omikron-Felden am 13.01. korrigiert. Vorer 186, nacher 1097. Am 05.01. wurde in Tabelle 3 Anzahl und Anteil von Delta und Omikron korrigiert. Hm. Die Bild-Zeitung hat davon auch berichtet. Es war ein gefundenes Fressen für Impfgegner. Und die Impfskeptiker setzten noch einen drauf, denn aus ihren Berechnungen wurde dann der Schluss gezogen, dass Ungeimpfte weitaus besser gegen Omikron geschützt seien als Geimpfte. Konkret. Und so zeigt eine erste Überschlagsrechnung, dass das Risiko für Geimpfte und Geboosterte sechsmal höher ist, Omikron-positiv zu werden. Schwurbelte es im Netz. Hey, super wild. Man nimmt die offiziellen Zahlen vom RKI, berichtet darüber, zieht Resultate daraus, und dann ist man Schwurbler, weil das RKI falsche Zahlen veröffentlicht hat. Astrein. Ja, aber ganz so leicht ist es nicht. Reitschuster hat gestern dazu was geschrieben. Das hier ist die Grafik, die eigentlich mit dem ursprünglichen Bericht veröffentlicht wurde. Ja, und so sieht die korrigierte Grafik aus. Wir haben einen ungeimpften Anteil von 26,73%. Davon erkrankt 21,44%. Wir haben einen doppelt geimpften Anteil von 38,74%. Davon erkrankt 56,34%. Und bei den Geboosterten sieht es ein bisschen besser aus. Da ist der Anteil nur 31% und davon sind 22% erkrankt. Und das zeige ich ganz eindeutig. Bei den Ungeimpften ist die Erkrankung unterproportional und bei den Geimpften überproportional. Bei den Geboosterten geht es wieder runter. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Lagebericht von gestern ein. Also wir sind mittlerweile in zwei Altersgruppen über 50%. Hatten wir schon. Die anderen Gruppen steigen weiterhin. Das haben wir auch schon seit Wochen beobachtet. Die Ungeimpften sind unterproportional erkrankt. Die Geimpften überproportional. Auch das haben wir schon mehrfach gesehen. Jetzt haben wir eine neue Tabelle. Da werden dann die Auffrischungsimpfungen einzeln erfasst. Auch da ist schon der Anteil bei 21,8% Impfdurchbrüchen bei über 60-Jährigen. Und bei 10,6% bei der Altersgruppe 18-59. Das heißt dieser Anteil wächst auch. Linear zu den Boosterimpfungen. Es ist schon echt ein toller Schutz, wenn man sieht, dass ein Fünftel trotzdem erkrankt. Obwohl geboostert und davor schon doppelt geimpft. Aber sei es mal dahingestellt. Interessant ist auch hier wieder die Geschichte, die sich aus der Omikron-Variante ergibt. Denn da wird es jetzt lustig. Ja, wir haben jetzt hier die Gruppe zusammengefasst. Ungeimpft, grundimmunisiert und mit Auffrischungsimpfung. Und freundlicherweise werden jetzt nicht mal mehr die Prozente angegeben. Vermutlich hat man Angst, dass diese Zahlen doch ein wenig erschreckend sein könnten. Ja, und ich habe das Ganze mal in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und zeige ich euch mal, was dabei rauskommt. Ja, und so sehen die ein bisschen aufbereiteten Zahlen aus. Wir sparen uns jetzt die Intensivstation. Da sind insgesamt 9 Fälle nur drauf. Und bei den Verstorbenen sind es insgesamt 7 Fälle. Das ist also auf jeden Fall zu wenig, um es auszuwerten. Und auch die Gruppe 5 bis 11 lässt sich nicht auswerten, weil einfach noch zu wenig geimpft ist. Und da nicht mal vom RKI eine Impfquote angegeben wird. Aber der Rest, der zeigt wirklich interessante Sachen. Schauen wir mal bei den symptomatischen Fällen. Wir haben insgesamt hier oben jeweils die Angabe der Fälle, die gefunden wurden. Davon den Anteil der Ungeimpften. Rechnet man das prozentual aus, haben wir hier noch einen Anteil von 44, 14, 13%. Im Umkehrschluss haben wir hier den Anteil der Grundimmunisierten. In der Altersgruppe 12 bis 17, 54,71. 18 bis 59, 65,92. Und 60 und älter 45. Und dazu kommen dann noch die Geboosterten. 1,18, 19,47 und 41,07. Rechnet man das zusammen, kommt man auf diese Werte. Das heißt, wir haben 55,88% Impfdurchbrüche in der Gruppe 12 bis 17. Bei einer Impfquote von 50%. Müsste also relativ gleich sein eigentlich. Dann haben wir 85% Impfdurchbrüche in der Gruppe 18 bis 59. Es dürften aber nur maximal 74 oder ein bisschen was drüber sein. Und wir haben 86% Impfdurchbrüche in der Gruppe 60 und älter. Bei einer Impfquote von 80 bis 81%. Hier drunter steht jeweils die Booster-Impfung. Setzen wir das ins Verhältnis. Haben wir die 1,27-fache Menge an Geimpften in Bezug auf die Gesamtzahl. Bei den 18 bis 59-Jährigen die 5,84-fache Menge an Geimpften gegenüber den Ungeimpften. Wobei bei einer 75%igen Quote nur der Faktor 1 zu 3 sein dürfte. Also dreimal so hoch. Wir haben bei den 60 und älter 6,57-fache Menge an Geimpften. Bei einer 80%-Quote dürfte aber nur die 4-fache Menge vorhanden sein. Also hier sind wir auch weit drüber. Schaut man dann auf die hospitalisierten Fälle. Haben wir erstmal die Möglichkeit die Hospitalisierungsrate auszurechnen. In der Altersgruppe 12 bis 17 haben wir 0,588% symptomatische Fälle, die überhaupt ins Krankenhaus kommen. Bei den 18 bis 59-Jährigen 0,973% und bei den über 60-Jährigen 3,6%. Auch hier zeigt sich ein überproportionaler Anteil der Geimpften. 60% zu 40%, 76,92 zu 23% und 72,09 zu 27%. Hier ist auch wieder das Verhältnis. Und insofern 2,58-fache Menge bei den 60 und älter. 3,33-fache Menge bei den 18 bis 59-Jährigen. Das heißt im Grunde genommen, wenn man geimpft ist, hat man das Problem, dass man zwar schneller erkrankt, aber in Bezug auf die Hospitalisierung noch einen geringen Vorteil hat. Wie hoch der tatsächlich ist, wird sich erst in den nächsten Berichten zeigen, da die Omikron-Auswertung ja nun wirklich gerade frisch läuft erst. Ich gehe persönlich davon aus, dass der Anteil noch weitaus größer wird und sich dieser Schutz dann doch mehr und mehr relativieren wird, je länger diese Daten erfasst werden. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.